Die Tourn machen morgen, Aline, mal so eine weitere Fahrt noch nach unten. Dann knicken sie ein bisschen ab und gehen wieder nach oben. Aber das zu erzählen ist ja eigentlich gar nicht notwendig, wenn ich auch nicht hier die Möglichkeit hätte, den 15-Tage-Trend in dem Fall für Dresden zu zeigen. Hier sehen Sie genau in Dresden morgen 12 Grad. Dann entwickelt sich alles wieder in Richtung knapp unter 20. Da machen wir hier nochmal so einen lang gestreckten Bogen. Sie sehen aber auch, richtig große Wärme kommt zunächst mal nicht zu uns. Die Natur hat sich aber gefreut, v.a. im Süden und später auch in der Mitte Deutschlands. Das ist der Radarfilm. Sie können hier sehen, wie das Ganze über Baden-Württemberg, Bayern, der Regen also, weiter nach Norden, Thüringen, Sachsen vorankam. Dann später auch weiter über Nordhessen und Nordrhein-Westfalen, wo es jetzt auch einzelne Schauer und kurze Gewitter gegeben hat. Die Mengen ganz beachtlich, seit 0 Uhr z.B. in Schwäbisch-Gmünd 33 Liter auf den Quadratmeter, Emmendingen 24. Genau das braucht ja die Natur jetzt. Wir gucken auf die weitere Entwicklung. Da ist immer noch Regen mit drin. Also hier nochmal Nordrhein-Westfalen so ein Kandidat. Auch nördliches Rheinland-Pfalz für Blitz und Donner. Sonst der weitere Regen. Später im Norden das freundlichere Wetter. Gerade Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern recht sonnig. Während im Süden weitere Regenfälle dann in Schauerform aprillig stattfinden werden. Temperaturen in den Frühstunden meistens 3 bis 9 Grad. Schleswig-Holstein, weil klar bis 1 Grad. Morgen Nachmittag dann Werte 11 bis 17 Grad werden erreicht. 9 an der Ostsee. Kurz noch schnell die Aussichten. Das ist der Dienstag. Die Schauer und einzelne Gewitter nach Süden ziehend. Von Norden wird es allmählich wieder freundlicher. Von Norden wird es allmählich wieder inserted. Vielen Dank.